Auf die Bärte, fertig, los! Viel Spaß bei der Show wünscht Philips OneBlade. Eine Klinge, alle Styles. Spiele mit besonders schönen Bart. Sag mal, was für ein Wing ist denn dein Bart? Ist das ein K-Wing, der Kiss-Wing? Wing of Love, Love-Wing. Das ist der MeToo-Wing anscheinend. Der Budi hat sich angezogen, der hat gute Pappmaschine extra heute. Im Weltraum hört sich niemand sexuell belästigen. Simon, schön, dass du und dein Bart wieder hier sind. Oder zumindest ein Teil des Bartes. Hammer. Also Hammer, wirklich Hammer. Die Leute gucken mich an, alle sind total fasziniert. Ich finde den toll, den Schnarrers. Ich hab auch viel Lob, ich hab wirklich viel Lob kassiert, aber als jemand, der eben noch hier Bart hatte und jetzt plötzlich verschiebt sich der Fokus so ein bisschen auf den Mund. Das ist schon schwierig. Also ich bin... Aber ich find's nicht scheiße. Ey, so klassischen Schnorres hattest du noch nicht, vor allem diesen Breiten, der so nach unten geht, mit ein bisschen Soulpatch hier unten noch. Du weißt ja... Ich trau mich nicht... Weißt du, was dein Look ist? Kennst du noch Garth von Knight Rider? Ey, gute Arbeit. Da gab's ja... Also Michael Knight. Meinst du den bösen Michael Knight? Garth Knight. Ja, genau. Der hat nie den Soulpatch, ne? Weil, es war ja Michael Long früher. Es war ja nicht David Hasselhoff, sondern der wurde ja umoperiert zu David Hasselhoff, der Michael Long, wurde dann Michael Knight genannt, nach dem Sohn vom Chef von Knight Industries, weil der genauso aussah wie sein Sohn Garth Knight. Und Garth Knight war einfach David Hasselhoff mit genau dieser Schnarrers-Kombination. Ich schlage vor, dass ihr euch anschnallt. Ich dachte, der Bösewicht... Es gab doch eine böse Version von Michael oder so? Genau, aber das ist die böse Version per se. Ach so, ach so. Oh, ja, der jetzt ergibt alles hin. Ich dachte, die haben noch einen dritten, sozusagen. Und er hatte ja sein... Das war Goliath, der Truck, mit dem er rumgefahren ist. Und dann gab's noch K, den bösen Kit. Ja, den böse Kit. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich mal zusammengetan haben, Garth und K. Aber ich muss gerade bei deinem Schnorres so ein bisschen dran denken. Du kannst wirklich den Garth Knight hier machen. Das hat wirklich... Ich gewöhne mich dran. Und ich muss sagen, die Rasur war echt nicht schlecht. Nee, die Rasur... Dafür, dass das so dilettantisch, sag ich mal, hier von schräg bei schlechtem Licht war, das hat das voll gut funktioniert. Dafür, dass wir jetzt hier noch bei einer Folgespiele mit Bart sitzen und es ein bisschen anders aussieht als am Ende der letzten Folge. Du hast jetzt den Storrs. Ich hab mich komplett geglättet. Es ist sehr angenehm, endlich mal wieder. Ich hab unser One Blade hier mal ordentlich zum Einsatz gemacht. Es hat seinen Dienst getan. Hier haben wir noch ein bisschen Resthaare auch. Die lassen wir einfach, die packen wir, streuseln wir über Fan-Zusendungen. Streuseln wir so drüber. Du meinst so ein bisschen unser Rocket-Ding-Parmesan? Du meinst genau, dass du so ein bisschen Parmesan hast. Ein bisschen viel Look and Feel. Es hieß nach der letzten Folge, wir hatten geplant, so sechs Folgen anzugehen. Natürlich sind wir nicht ganz durchgekommen. Ich mach's nicht. Dass wir eine neue Session eventuell in ein paar Wochen machen. Und wir sagten, okay. So, mal ein bisschen glätten, das find ich gut. Ein bisschen stylen. Da waren noch so ein paar ... Da waren noch ein paar Straggler. Ein paar Straggler. Die man dann wegmachen kann. Wir dachten, dass wir eventuell in ein paar Wochen weitermachen. Und dann ergab sich, nachdem wir uns schon so geglättet haben, ihr könnt morgen weiterspielen. Das hat mich auch überraschend. Ich dachte, fuck, da hättest du es auch lassen können. Aber ich hätte nicht eine Woche so, wie ich verunstaltet war. Wir haben heute auch Fotos gemacht für die Gamescom. Im Greenscreen sozusagen. Und wenn ich da ausgesehen hätte, wie der Almüi. Das ist doch ein bisschen merkwürdig gewesen. Ich hab diese Bilder auch gemacht. Ich hab sie aber vorher gemacht. Bei mir hab ich noch den normalen. Da hast du den großen Bater gehabt. Bei Gamescom ist das lustig. Wir wollen natürlich auch unsere Aufgabe, wenn wir wieder in die Lösung gucken müssen. Wir sind ja mit einer Explosion das letzte Mal rausgegangen. Aus Akte X das Spiel. Auch noch gucken, was wir potenziell rasieren können oder nicht, wenn wir eine Lösung machen können. Du hast natürlich nicht mehr so viel über, was man da machen kann. Ein bisschen trim. Aber ich glaub, ich kann auch maximal nur das hier anbieten. Ich würd aber ganz ... Du hast ein bisschen ... Da kann man einiges rein. Michelangelo kann da ein neues Fresco daraus machen. Die Sixtinische Kapelle muss auf meiner Brust neu gezeichnet werden. Es gibt einige Alternativen. Ich mag dein T-Shirt übrigens. Ist das rechtefrei? Würde man das kopieren? Deshalb frag ich mich die ganze Zeit. Weil sind diese Reliefs, sind wahrscheinlich ... Es sind die Star-Wars-Reliefs, aber es war kein Star-Wars-Shirt, was ich gekauft habe. Kein offizielles ... Ich frag mich das immer. Weil so was würd ich mich jetzt nicht trauen, rauszubringen. Aber es sieht geil aus. Es gibt dieses Shirt auch mit ... Ich wette, das ist kein Offizier. Also, da ist nirgendwo so ein Star-Trek-Ding drin. Also, es richtet nicht nach George Lucas, da hast du recht. Der hat nicht Probe getragen. Ja, ja, der trägt immer Probe. Der trägt alle Probe, um zu wissen, ob das mit seinem Expanded Universe auch zusammenpasst. Er setzt sich auch auf alle Sachen einmal drauf, um den George-Lucas-Test zu machen. Aber das macht jetzt Mickey Mouse, oder? Das macht ja jetzt nicht Mickey und Lucas. Ach so, ach ja, Mickey Mouse setzt sich auch was drauf. Deswegen ist auch alles anders. Warte mal. Setz dich Mickey Mouse auf George Lucas drauf und dann ... So ist die Marke auf jeden Fall rübergegangen zu Disney, glaub ich. Das kann es sein, wahrscheinlich. Was steht im Vertrag festgeschrieben? Für nur drei Milliarden, da muss noch was anderes drauf sein. Du it now! Du it now! Du it now! Jihihi, okay! Georgi, dann pass mal auf! Uhu! Uhu! Das juckt! Oh, ich weiß keinen! Dein Bart und dein Flanellhemd! Uhu! Was wir nicht wissen, das Flanellhemd ist kein Hemd, sondern so sieht George Lucas einfach unterm Schadet aus. Es ist einfach Haare gefärbt und in Karos blockiert. Das ist ja der Hammer, ja genau. Er hat einfach nie seine Brusthaare geschnitten und irgendwann wurde ein Flanellhemd draus, das er dann geflochten hat. Ist so, irgendwann stimmt das. Ich weiß nicht, ob das lizenziert ist. Aller Wahrscheinlichkeit nicht. Ich kann dir maximal Brusthaar anbieten. Ich hätte auch noch andere Körperstellen. Nein, 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 es reicht. Aber du wolltest den Rasierer eh für dich dann in den privaten Fundus übergehen. Also ich sag mal so, ich bin davon ausgegangen, du willst ihn aus offensichtlichen Gründen. Wenn nicht, nehm ich ihn. Sehr gerne, aber ich find der ist gut. Ist ein bisschen neuer, fühlt sich cool an. Du hast mehr Gelegenheit, da auf jeden Fall präziser damit zu arbeiten, weil ich bin mittlerweile übergegangen, ich hab so ne Schermaschine eben, ne? Und da mach ich quasi so die meiste Zeit. Scharfschermaschine. Aber da nimmt auch jemand, nimmt dann Gregor so ganz fest und reibt ihm so wie beim Scharfschermaschern einmal so drüber, die Wolle fällt hinter ihm runter, wird direkt verwurstet zu nem Pulli, den er am selben Abend noch anzieht. Dadurch sind die Brusthaare übrigens entstanden. Apropos noch King-Shaming, dafür kannst du normalerweise bezahlen, dass dich jemand dann so wie ein Schaf nimmt und anfängt zu scheren. Und meine Alternativen sind's in Schermaschine oder du weißt diese Polituren für die Bowlingkugeln da, ne? Da kannst du einfach mal den Kopf ein bisschen rein. Ey, wenn ihr wollt, also ich schere euch. Ich schere euch. Also da muss dann natürlich auch ein bisschen Geld fließen, aber wenn das ein Fetisch ist, der bedient werden muss, holler die Waldfee, das mach ich auch. Holler die Waldfee, ja. Das können wir machen. Meldet euch, simonkretschmer at shareservice.de Lasst uns weitermachen mit Akte X. Und wir sind, wie gesagt, mit einer Explosion rausgegangen. Wie war das? Unser Agent Wilmore und seine Polizistenfreundin, die sich auf jeden Fall anflirten ohne Ende, ohne jegliche Emotionen zu zeigen, sind gelandet in der Tankstelle, was auch immer es war. Und der Typ mit den schwarzen Augen, von dem sie sich gar nicht gewundert haben, und warum der alle auf einmal durch die Gegend werfen kann. Ja, der hat sie angegriffen und dann ist er abgehauen und dann haben sie irgendwie geredet und dann haben wir was falsch gemacht. Wir wurden eingesperrt. Wir wurden eingesperrt. Du hast eine Zange gefunden und hast gesagt, ich schneid rot durch. Ja, ey, komm, YOLO, Mann, ey. Es ist immer der eine Draht. Rot oder blau? Wie, zwei. Einfach einen Draht durchschneiden. So hab ich Bomben. Und du hattest auch, ja. Und sie ist auf jeden Fall entschärft danach, weil noch mal losgehen kann sie nicht. Siehst du? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ... Ich glaub, das Draht durchschneiden war schon richtig. Das war nur zum falschen Zeitpunkt. Okay, lass noch mal checken. Wir haben hier ... Ich weiß jetzt nicht, ob ein Timelimit schon läuft. Das stand irgendwas von sieben Minuten, ne? Theoretisch können wir ... Oh! Ja gut, dann hat sich das jetzt erledigt. Hast du da etwa abgespeichert jetzt? Das würdest du jetzt echt noch mal schicken. Ich mach noch mal. Das haben wir doch schon mal! Mich hätte jetzt interessiert, was passiert, wenn es ausläuft. Okay, ich hab ein bisschen Panik gekriegt gerade eben tatsächlich. Wir probieren das noch mal. Da musst du das noch mal kommen. Mama! Da ist er! Mama mia! That's a spicy explosion! Die hat er mit seiner Zigarette gelegt. So machen das auch die coolen Leute, ne? Die machen dann die Spur mit dem Benzin und dann ... Puh! Genau. Die schnicken das dann immer. Und dann bist du 100% sicher, das entzündet sich. Die treffen's auch immer. So, zurück zum eigentlichen Problem. Wir müssen die Bombe ... Und wir haben nur die Schaufel und wir haben diesen Knipser. Wir könnten noch andere Dinge durchknipsen. Wir können aber auch in der schlussmäßig in den Kühlschrank. Da ist aber nur Platz für einen. Oh ja, hilf für mich. Und alternativ gehen wir einfach in die Luft. Es ist eine andere Explosion, aber hast du gesehen? Schneller. Kommt der Raucher immer? Nee, der Raucher kommt nicht mehr. Ja, ja, wir haben tatsächlich nur ein paar Sekunden. Aber hier ist es auch, wo es anfängt zu leuchten. Ähm ... Also, wir haben ja nicht viel. Wir haben die Schaufel. Nimm doch mal einen anderen. Hast du noch einen anderen Drahten? Hast du gerade mit der Schaufel die Bombe entschärft? Ich wollte mal gucken, was passiert. Anscheinend ist sie explodiert, die Bombe. Das ist ja ein anderer. Meine Schaufel! Johann von Schaufel! Meine Schaufel! Ich hab sie nur kurz dahin gelegt. Das ist mein Mob! Mein Mob! Stopp! Okay, das war es auch nicht. So, aber bei dem hört es auf tatsächlich. Dieses Fenster ist mit der Bombe verkabelt. Okay. Vielleicht kann man das Kabel beim Fenster durchschneiden. Oh! Okay, ich hab's noch mit einem Schlag, hätten sie's zusammengehalten sollen. Ein Schlag wär's noch gewesen. Also, ich hab auf jeden Fall ... Ich konnte mit der Schaufel was schlagen, ne? Ich mein, wir haben nur die Schaufel und den Kickknipser. Also, da wird schon was passend irgendwie. Wir haben auch noch Pistolen und so. Aber ich denke, es soll ... Fenster verkabelt. Ah, vielleicht das Fenster. Weil das andere ist verkabelt damit. Ah, ich glaub ... Vielleicht ist es das dann das geile Fenster. Nein, nein. Okay, aber ich glaube, es ist irgendwas mit der Schaufel. Dass wir was mit der Schaufel machen müssen. Weil es gab keinen anderen Draht zum Durchschneiden. Weil ich gesehen habe. Ich dachte vielleicht, aber gut, wir kriegen mit der Schaufel zumindest die Fenster jetzt nicht auf. Aber dass man den Draht zum Fenster durchschneiden kann, sodass die nicht mitkriegen, wenn wir das Fenster aufmachen. Es ist ein bisschen klicken und ausprobieren. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Gregor. Okay. Schön abgelenkt, ne? Ja, das ist wirklich gut. Und es hat nicht da geleuchtet, sondern am Fenster. Das sind mehr als zehn Sekunden jetzt gerade, die noch über waren. Das war ein Schuss in den Ofen. Krass, Mann. Das ist der Shot, mit dem sie ihm wahrscheinlich ... Und es ist ... ... diesen Film verkauft. Und dann rennst du von diesem Eklodierenden. Aber das ist die Explosion, die wir vorhin gesehen haben, nur schlecht reingezoomt. In Augenblicken wie diesen wünschte ich mir, dass ich noch rauchen würde. Alles in Ordnung? Oh ja, ich finde solche Sachen ziemlich erfrischend. Also ich nehme an, Sie möchten, dass ich fahre. Ja, das wäre ein netter Zug von Ihnen. Ich habe noch nie eine Bombe überlebt. Och, mir passiert das ständig. Diese Dialoge, ne? Oh, mir passiert das ständig. Nach der fünften, hörst du gar nicht mehr richtig hin. Und ich habe es ja auch gesagt, von wegen diesem wirklich unemotionalen Flirten. Guck mal, was er mir da unten anbietet. Asta Durian küssst du. Nein, aus dieser Geschichte heraus, jetzt kannst du noch einen Kuss ziehen. Ja. Da bin ich aber gespannt, wie er das jetzt dreht. Okay. Ähm, ich glaube, das sollten Sie jetzt wahrscheinlich nicht tun. Ich bin zwar im Prinzip nicht abgeneigt, damit wir uns da nicht missverstehen, aber wir sollten vielleicht noch warten, bis dieser Fall abgeschlossen ist, bevor wir uns an Beweismitteln vergreifen. Oh. Das heißt, ich habe also noch einen zweiten Grund, die Verbrechen hier zu klären. Also, das war jetzt aber, äh. Aber theoretisch auch dieses, also. Ja. Super gut. Viel besser. Das ist viel geiler, oder? Jetzt möchte ich Sie küssen. Ja, tatsächlich. Das ist auch ein bisschen meine Farbe, muss ich sagen. Sie ist so leicht geschwärzt vom Ruß. Das ist doch so gut. Aber diese Lippen sind... Das ist wirklich, wenn du zu lange im Solarium eingepennt bist, irgendwie. Hi. I'm Viratio Milo. Ja. Lassen Sie das. Was ist denn mit Ihnen los? Warte, das war jetzt eine völlig falsche Kamera. Okay, ja, das war tatsächlich die Overshoulder. Achtung, und? Was ist denn mit Ihnen los? Ja. Kurz, kurz, komm mal. Komm, jetzt machst du das. Was? Oben noch. Okay, jetzt haben wir die Bombe, wir haben das Tor. Jetzt können wir über die ganze Sache reden. Wer war denn der Typ? Wer war dieser Kerl? Er war unglaublich stark. Den Eindruck hatte ich auch. Glauben Sie, er geht ins Fitnessstudio? Irgendwas war merkwürdig mit seinen Augen. Ist Ihnen das aufgefallen? Ach, jetzt? Nein, als er mich durch den Raum geschleudert hat, habe ich darauf leider nicht achten können. Glauben Sie, der geht zum Optiker? Ja. Er hat hier Astigmatism, ne? Weil er guckt in andere Richtungen, jeweils die Hornhaut. Das ist das, was in Comedy findet, so lustig aussieht. Irgendwas nicht mit ihm stimmt. Es war beinahe so, als würde er von irgendetwas gesteuert werden. Er hat den Feldman gemacht. Er war von irgendwas gesteuert. Was ist mit der Bombe? War die Bombe als Falle gemeint, oder sollte sie etwas in diesem Büro schützen? Und was? Die Information in diesem Logbuch. Zum Beispiel die Adresse an einer Landstraße. Alles, was da drin war, dürfte jetzt ziemlich schwer zu lesen sein, würde ich sagen. Ich glaube, die Bombe sollte jemanden in die Falle locken und umbringen. Achtung mal bitte darauf, hat sie jemals geblinzelt? Eigentlich. Das ist ja auch so ein Indikator dafür, dass da Aliens oder Kokain, oder Alien-Kokain. Ja, ja. Außer Aliens ist Kokain, das Beste. Jetzt wissen wir ja wohl, warum das Tor offen war. Sie meinen, das war nicht bloß Kleinstadt-Idylle? Nein, das Tor war offen, damit jemand reinkommen konnte, um die Bombe auszulösen. Ja, aber war das nun für uns oder diesen Kerl gedacht? Ach, die Sehle. Ja? Ja. Also, wem gehört nun dieser Laden? Tja, der Russen-Mafia, würde ich sagen. Genau. Sind Sie jetzt endlich soweit? Ich jedenfalls schon. Sie wollten fahren, nicht wahr? Genau. Ich dachte, jetzt wird er nicht geküsst. Na, vielleicht muss noch mal getankt werden. So, nachdem wir den... ...hören zu halten, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, ich verstehe nicht mal, was ich meine. Zarnoje iobatai. Genau, das ist da, wo wir gewesen sind. Da arbeitet er bei der Tankstelle ganz knapp. Was macht Zarnoje iobatai eigentlich gerade? Turnschuhe. Turnschuhe, ja. Ich dachte, das Erste, was ich assoziiere mit Zarno, sind Turnschuhe. Turnschuhe und das Zweite ist der Topf. Ja, wenn das die einzigen zwei Dinge sind, die nach zehn Jahren Moderation die Leute mit dir in Verbindung bringen, dann warst du vielleicht nicht edgy genug. Wo würden wir uns eigentlich mal annähern mit Zarnoje iobatai? Muss er noch absteigen, damit wir die Gigs bekommen wie bei ihm? Oder muss er sich zu unserem Niveau auch vorbereiten? Das ist die Frage, ob ... Sind wir schon Baumarkt? Oder noch nicht? Nee, die geben uns nicht genug Geld zum Baumarkt. Nicht genug Geld zum Baumarkt, sonst wären wir. Wir würden Baumarkt sein. Wir sind uns zu gut für Baumarkt, bis wir uns irgendwann nicht mehr zu gut für Baumarkt sind. Ja, da kommen wir noch hin. Da arbeiten wir uns schon noch runter. Ich heiße alle willkommen im Deadmolder Baumarkt. Möchtet ihr immer? Obi? Ja. Was gibt's noch? Ich kenn die gar nicht, ne? Es gibt nicht mehr so viel, ne? Max Barr hat dichtgemacht, glaub ich, kurz. Globus gibt's, hat noch einen Baumarkt. Praktika ist doch jetzt irgendwie ... Praktika, Hornbach. Das war's. Ja. Also vier verschiedene Märkte, die wir eröffnen können, in einem wachsenden, boomenden Markt. Melden Sie sich. Was ich günstiger machen würde, ich glaub, da haben wir mehr Business. Machst du jetzt grad das Gegenteil? Hast du ein Gegenangebot jetzt zu meinem? Ich mach ein Gegenangebot zu deinem. Okay. Nein, das Gegenangebot ist es, was ich günstiger machen würde, da haben wir auch wesentlich mehr Optionen, Baumarktschließungen. Oh, das ist geil. Wo wir hingehen und das wieder zubinden. Nee, ich bin nicht ehrlich, ich will einen von diesen alten, klassischen Detonations-Botoksen, die wir so ... Also, da sind alle hier zusammengekommen. Um die, ja, ja. Ja, bitte gehen Sie zu den Kassen, dieser Baumarkt wird gleich gesprengt. Au. Ja, ich mein, das ist doch nur geil. Die Dinger werden gebaut und gefeiert und beim Abriss auch gefeiert. Das ist bei der Expansion und bei der Dexpansion. Dexpansion. Also, ähm ... Hier hoch wahrscheinlich, oder? Zu uns nach Hause, oder? Zu uns nach Hause, oder? Zu uns nach Hause, natürlich. Okay. Sie ist zwar nicht abgeneigt, aber ... Aber sie auch abends. Wir müssen ja eh langsam mal ins Bettchen. Ja, find ich auch. Der durchschnittliche FBI-Agent braucht acht Stunden Schlaf. Pro zehn Stunden braucht er acht Stunden Schlaf. Nee, wahrscheinlich ist das noch nicht hier. Nicht-Computer. Gott. Oh, das macht mich wieder fertig, ey, hier. Diese Steuerung. Mal sehen, ob er mich schlafen lässt. Ach! Dann zum, ähm ... Chano oben. Nee, Chano waren wir gar nicht. Ist das sicher? Das ist okay. Also, ich kann noch mal klicken. Nein, es wirkte so neu. Und es ist ja auch neu. Ich war mir nicht sicher, ob er da schon war. Und die Beweismittel müssen wir endlich mal abholen. Die Analysen, die ganz von unserem Forensiker da kommen. Er tut immer so, als ob er grad irgendjemanden schwört. Hier sieht er echt immer aus wie Chandler für mich. Wie ein junger Chandler. Ja, Chandler-Bong. Da war die Fernsehzeitschrift abonniert auf dem Namen. Okay, hier ist er nicht. Ist unser Kollege da? Nope. Ach komm, keiner? Ist hier keiner? Wir sind gerade hier dieser Exklusion entkommen. Wo wollen wir denn hin? Tarakan war das Schiff. Polizeilabor, Gerichtsmedizin. Kann man natürlich mal ausprobieren, aber nachts ist da wahrscheinlich auch nichts mehr. Man könnte noch mal zum Hafenlager. Ich probier mal hier. Beim Hafenlager war ja zumindest abends ein bisschen was. Stimmt, vielleicht macht er wieder Party weiter. Ja, siehste. Also, ich komm rein, aber da ist keiner. Was war das? Achso. Ah, kenn ich doch. Das ist doch das schöne Plastikvideo, was sie gemacht haben, ne? Was war das damals, ne? Videos auf RTL? Ein echtes Alien-Autopsie-Video. Schalten Sie ein. Wenn Hans Meiser das Video analysiert. Und das Ding ist, heute sieht's aus wie Hans Meiser, ne? Ey, ne Frechheit eigentlich, dass sie einem das verkauft haben, ja. Es gibt schöne Reportagen auch, wie sie zeigen, wie sie das gedreht haben und was sie alles für Plastik und Restkörper von irgendwelchen Tieren genommen haben, damit es nach so Innereien ausschaut. Das ist ein guter Troll. Das war ein sehr guter Troll. Das war ein sehr guter Troll, ja. Also, das kann man ... Die haben sicher auch Geld verdient damit. Natürlich, die haben die Tapes verkauft und das kannst du unumwunden zugeben. Also, so ein Troll, das hätt ich auch gern gemacht. Comedy Inn? Obwohl sie vielleicht mit mir im Comedy Inn mal ein bisschen ... Das war da, wo Mulder geschlafen hat. Ja, ja, aber warum jetzt da wieder hinkönnen? Ja, ich ... Naja. Können wir da überhaupt hin? Ach nee, ja doch, wir sind da. Ich glaub, es ... Wir sind einfach da, wo niemand ist. Ja, und sie haben vor allem die Fotos genommen und dunkler gemacht, um 90% ... Ja, ist wohl so. Ist eindeutig so. It's day for night. Ja! Ja, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hab ich es geschafft. Aber, wir brauchen nicht noch mal zum Comedy Inn, glaub ich, drüber gehen. So, natürlich. Das können wir zum Glück abbrechen. Alles gleich. So, ähm. Hallo? Das war links neben dem Kühlschrank. Da war's. Okay, nicht vergessen, abzusaben. Links neben dem ... So geht das nicht? Aber es ging doch vorhin, oder? Ich hab nicht aufgepasst eben, aber ich weiß, dass wir es schon mal gemacht haben. Ja, ich hab doch auf dieses Ding da unten gesagt. Vielleicht musst du vorher einfach gucken, klopfen, irgendwas machen. Vielleicht musst du wirklich erst mal das einmal machen und dann schnell wegklicken und jetzt einmal ganz schnell, genau. Zack, zack, ja. Rego, du bist doch auch gerade ... Mann, du musst die Schaufel nehmen! Ich hab sie doch. Sie ist doch genommen, die Schaufel. Ist die da nicht als Icon zu sehen? Doch, sie ist da unten, sie ist angeläuchtet ein bisschen. Nee, sie ist nicht als ... Na, dann will ich nichts gesagt haben. Hab's doch schon serviert. Ah, der Bildschirm. Natürlich, der falsche. So, einmal küssen. Lass auch nochmal abchecken, noch schnell über alles reden, genau. Ja, gut, was war merkwürdig. So. War die Bombe als Falle gemeint? Und was? Und was? Jetzt wissen wir ... Jetzt wissen wir ja wohl ... Sie meinen, das war nicht bloß ... War die Bombe als Falle? Und was? Also, wem gehört ... Tja, der Russen ... Ah, sind sie jetzt endlich ... Okay, dann speichern wir erst mal ab. Sicher ist sicher. Also, ähm, sie wollten wegfahren. Können wir echt jetzt nicht nochmal zurück und nochmal gucken oder so? Nee, da ist jetzt wahrscheinlich alles ... Ich will gar nicht mehr zurück. Ja, es steht auch No Trespassing. Das ist nicht erlaubt. Na gut, da halten wir uns natürlich dran. Das ist nicht erlaubt, mein Freund. Okay, Czarno ist das hier, ja. Wo wir uns gerade befinden. Also, es war Gerichtsmedizin ... Ach, ne, Gerichtsmedizin haben wir nicht geguckt. Vielleicht ist da nochmal eine Leiche aufgezaucht. Ja. Ja, ich guck mal rauf, ne? Ja. Ah, okay. Oh, ist gar nicht so schlecht, die Maske. Ja, der Arme musste schon wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde im Make-up drin sein. Aber ist ja egal, ist ja nur ein Stand-in. Der hat kein Geld dafür bekommen. 50 Euro. 50 Euro, du darfst dich hinlegen den ganzen Tag. Spart es Zeit, wenn man wirklich so einen Brandopfer nimmt und dann einfach die guten Stellen nochmal nachbuddert. damit die nach rechts aussehen. Oder andersrum mehr. Oder einfach wirklich eine ... Es ist morbide, aber eine Leiche nehmen und einfach ein normales Gesicht oben noch reinmachen. Naja, aber ... Die Leiche wird sich nicht beschweren und wenn das Gesicht anders ist, erkennt's ja gar nicht. Es ist keine bewegte Szene. Das heißt, du kannst eigentlich theoretisch schon in den korrekten Winkel was aus Papa ausdrucken und dann da drüber halten, ne? Dann sieht's echt aus. Es sieht immer aus, als ob ich ihn punchen möchte damit, mit dieser Hand. So, ähm ... Ja, wir wollen ja eigentlich noch mehr jetzt rausfinden. Ja. Warum radioaktivisch? Schau ihn dir doch mal an. Wie kommen Sie darauf, dass es Strahlung ist? Tja, ich weiß zwar nicht viel darüber, aber seine Verbrennungen sind so total, so vollständig, wie das bei einem Feuer nicht der Fall wäre. Und die Kleidung, die ich von seinem Körper entfernt hab, war ziemlich unbeschädigt. Sehen Sie das? Wie? Hier ist der Abdruck von der Aufschrift auf seinem Hemd. Ah. So was wird durch thermische Strahlung verursacht. Okay. Auswirkungen dieser Art wurden auch in Hiroshima beobachtet. Kimono-Muster wurden in die Haut ihrer Träger gebrannt und die Schattenrisse von Menschen sind in Mauern eingeprägt worden. Oh, das ist ... Ja, so wie wenn du ein schlechtes Tattoo übertätowieren lässt. Genau. Oh, shit, jetzt steht hier Penis. Oh, was brauche ich in Zukunft auf meinem T-Shirt? Aber man überlebt ja auch nur selten. Mehr als eine Atomexplosion. Ja, aber versuchen kann man es gerne mal. Was geht's denn mit Tarkan hier? Konnten Sie Ähnlichkeiten zwischen diesem Opfer und den von der Tarakan entdecken? Die Auswirkungen sind beinahe identisch. Wir haben das gar nicht erkannt bei den Tarakan-Leuten, weil uns das nicht in den Sinn gekommen ist. Ich meine, das sind doch sehr ungewöhnliche Dinge, wissen Sie? Okay, war das nicht der ... Wer war das jetzt hier eigentlich? Das ist nicht der, den wir auf der Tarakan gefunden haben? Einzel. Wer war denn das nochmal überhaupt? Das ist erst ein Tag her, wo wir es gespielt haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Na gut. Irgendein Hinweis auf die verschwundenen Leichen? Nein. Wer das gemacht hat, war sehr gut. Sie sind hier eingedrungen und haben die Leichen rausgeholt, ohne Spuren zu hinterlassen. Mhm. Kann falscher Umgang mit radioaktivem Material solche Verbrennungen verursachen? Das glaube ich weniger, aber ich weiß nicht sehr viel darüber. Falscher Umgang mit radioaktivem Material ist vielleicht eine Erklärung für Mr. Wongs Tumore, aber Verbrennungen wie diese können nur durch eine Art Explosion verursacht werden. Okay. Hast du was zu sagen? Ist er vielleicht der Typ von der Tankstelle? Aber der stand ja da, ne? Also den Typen, der am Ende noch stand, der nicht der Krebskandidat war. Das war ja der, der mit den schwarzen Augen uns da umgeschlagen hat und geflüchtet ist. Ich meinte, das Video von der Tankstelle, da war ja links kam einer, dann dieses Licht aus sein, wo angeblich, es soll ja Mulder sein, auch wenn er nicht so aussieht, und rechts kam jemand und einer von den beiden, Mann, das ist ärgerlich, aber wir wissen es nicht genau. Er müsste es wahrscheinlich sein, da hast du absolut recht. Irgendwo muss da ja auch die Leiche hergekommen sein. Nächster Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit Spiele mit besonders schönem Bart und dem Philips OneBlade. Aber das ist schon ein bisschen nicht so ganz klar. Nicht ganz deutlich, ja. Okay. Fühlschrank. Wollt ihr mit dir reden? Oder gibt's nichts mehr? Ja, er hat einen Ring im Kopf. Nee, mit dir reden kann man nicht, weil da können wir ihr was geben. Oh, bitte lassen Sie das. Wilma, was ist denn mit Ihnen los? Und der, er macht ja. Nein, okay. Ein Schwamm, ein Besteck. Leuchten tut's auch hier nicht. Weil sie hat echt nichts mehr. Und wirklich, bei ihm machen konnte man auch nicht was, ne? Ja, es gibt schon mal auch kein wirklich nichts, was wir machen müssen. Ein Nachtsichtgerät? Nein. Nee, genau, weil es ja nicht aufleuchtet hier. Vielleicht war's das dann mit der Diskussion. Das kann ja sein, ja. Vielleicht, hier ist noch was zum Reden. Vielleicht sollten wir mit ihr noch mal reden. Hm. Da ist einfach eine Hand mal drin. Mit ihr? Nee, ich dachte, es geht, aber... Ja, bei ihr. Sie hat ja nichts und er ist tot. Okay. Sind ja leider schon leer geräumt. Ja. Vielleicht können wir sie wieder füllen. Großer Räumungsverkauf. Ja. Alles muss raus. Zwei Leichen zum Preis von keiner. So. Wo wir das gemacht haben... Ja, ich glaub, jetzt könnten wir zwar ins Apartment und schlafen. Ja? Ich denke, dass wir jetzt fertig sind. Ja, und jetzt leuchtet es. Ja, absolut richtig. Sie sind korrekt, Herr Kretschmer. Es wird auch Zeit jetzt. Ich werd ja auch langsam müde. Ach so, das ist schon. Oh, wir sind draußen vorm Apartment. PC Manager. In Unit 311. Das hatten wir auch noch nicht, ne? Dass wir direkt davor stehen. Ja, oder? Ist das jetzt... Ah, okay, das jetzt. Okay, das ist aber normal. Ähm, ah, und wir haben ja auch noch diese ganze Schose mit unserem Partner, der ja ganz paranoid war und gesagt hat, ich werde verfolgt. Hilf mir mal. Ja, wo ist der eigentlich? Der ist jetzt wieder abgehauen. Wo wir ihm erzählt haben, was er hören wollte. Ich träume absolut nicht. Der ist irgendwie, ob er es weiß oder nicht, aber er wird manipuliert. So. Der ist ein Flötenauto. Weg mich hin. Jetzt denke ich gerade an Phantasmagoria 2. Ja. Wenn er jetzt aufwacht und von Ketten dann gefesselt ist. Ja, träumst von Ketten und landet direkt im Sadomaso-Club. Wir kommen unsere drei Tänzer wieder vorbei. Pizza, hat, pizza, hat, pizza. Ich habe gerade gestern das GIF wieder gesehen. Ja. Es war einer der lustigsten Momente überhaupt. Funny, funny. So. Let me go out. Erstmal zum Job. Ja, zum Job. Zurück. Seattle. Job. Zur Außenstelle. Ich muss hier immer wieder lachen. Du hast diesen geilen Eingang, diesen Marmoreingang mit drei Eingängen und dann Schnitt eine winzige kleine Kaschimme mit zwei Räumen. Speichern mal. Speichern. Eine kleine Kaschimme. So. Zurück gehen. Bist du da, mein Freund? Nein. Nein. Ja, gut. Dann bleibt gleich Rechner könnte man noch machen. Können wir mal in Char... Ja, das können wir gleich machen. Ja, geh noch mal zu Charno. Jetzt kommen wir nicht mehr hin. Wir können in Charno nicht mal ausklicken. Aber sei froh. Okay, Rechner können wir machen. Vielleicht sind E-Mails reingekommen. Würden wir die dann nicht hier auch sehen? Guck doch mal hier kurz. Ach so, ähm... Nee. Ja, nee, wir haben tatsächlich... Ja, aber dann müssen wir einfach die Locations abgehen. Ja. So wie man's immer in dem Adventure macht. Du weißt nicht, was geht. Geh die Locations ab und benutze alles, was du hast mit allem. So, ähm... Ah, vielleicht das Polizeilabor. Ja, da sind wir jetzt richtig. Glaub ich auch. Hey, schlafen Sie im Dienst? Hä? Wilmore. Wie geht's Ihnen? Gut, wie geht's Ihnen? Sie sehen nicht gut aus. Ich fühl mich auch nicht so gut. Was fehlt Ihnen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich brüte eine Grippe aus oder sowas. Oh, oh. Der Radioaktiver Penis. Der fällt ab. Der fällt ab heute Abend. Diese Bombe war wahrscheinlich echt nicht so geil, dass wir die gegeben haben. Ey, dafür, dass wir die einfach genommen haben, so hier, dann nimm so raus. Hier. Checkt das mal. Das ist ein radioaktives Behältnis. Wir können auch nichts weiter mit dem machen. Der fliegt sich einfach schlecht. Sehr komisch, ja. Kannst du uns nichts über die Bombe da noch mal? Ja, der hat nicht wirklich was rausgefunden bisher. Aber ich glaube, der überlebt nicht viel. Das tut mir leid für ihn. Der wird's nicht schaffen. Gerichtsmediziner. Irgendwas Neues rausgefunden vielleicht? Okay, wollen wir nachgucken? Ja, lass das machen. Lass das tun. Also. Ja. Ich würde anbieten. Guck ich nach? Ich gucke gleich nach. Ich würde anbieten, hier leicht zu trimmen, hier oben. Mit dem Aufsatz würde ich das aber machen. Wir haben die, glaube ich, auch gar nicht benutzt bisher, die Aufsätze. Weil wir immer ja sehr nah am Körper gebaut haben. Ja. Ein Millimeter. Oder wir nehmen mal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Markus, jetzt müssen wir uns hier schon die Haare vom Kopf nehmen. Wir müssen aber hier die obere Stelle, bitte. Mann, das sind das lange Haare, Gregor. Das ist doch nicht gesund. Ich muss mich abfallen lassen. Nee, das war ich. So. Es ist halt schon fünf Millimeter. Es ist nicht fünf Millimeter nass im Leben kleiner Peter. Das sind nicht 20 Zentimeter nie im Leben kleiner Peter. Was haben wir denn übersehen? Das kann ja nichts sein. Also, der Detective besucht. Wir sind zur Spedition nach Czarno. Hier im Büro von einem Wunder eine Liste ansehen. Beide werden dann angegriffen, entdecken eine Bombe, finden eine Schaufel und dürfen damit links vom Kühlschrank einen Schacht, durch den sie entkommen können. Zurück ins Appartement und im Computer unter Medien einiges nachlesen über Plutonium, Tarakan und Wong. Nach gutem Schlaf am Schreibtisch die E-Mails abrufen. Guck, findet man im Besprechungszimmer. Mit ihm reden. Das Besprechungszimmer ist ja hier, rechts, ne? Vielleicht sollte man damit mal hin. Ach, meinst du? Hey Partner, gute Nachrichten. Was ist denn los? Das werde ich Ihnen sagen. Ich durfte Ihren Fall gelöst haben. Wovon reden Sie überhaupt? Näh. Von Yevgeny Smolkov, dem Oberhaupt eines georgischen Schmugglerrings. Und ich habe einen Zeugen, der ihn in der Nacht vor Wongsermordung bei den Docks sah. Ich habe die Überwachung seines kleinen Liebesnestes angeordnet und seit heute Morgen liegen uns genug Beweise für ein Durchsuchungsbefehl vor. Wir fahren jetzt dort hin und treffen da das Sondereinsatzkommando. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ist auch wieder alles viel zu viel, was hier passiert ist. Er hat eine Knarre in der Hand, das macht mir, ehrlich gesagt, Angst. Da muss der Penis... Ich glaube, jetzt können wir zum ersten Mal ein bisschen ballern. Ja, meinst du? Ich hoffe es. Dass wir unsere Waffe mal rausholen können. Warte mal, er sieht. Was ist denn mit Ihnen los? Ja, gut, die Standardanimation. So. Was ist mit Astadorian? Weiß sie schon, was sie tun wollen? Na klar, sie ist längst informiert worden. Du hast Ihnen nichts gesagt. Ich bin doch ein vorbildlicher Verbrechensbekämpfer. Und wenn sie ihren Hintern hierher bewegt, bevor wir gehen, darf sie auch gerne mitschicken. Ist so schnippisch. Also, ich werde nicht zulassen, dass sie das tun. Aber warum? Das sind meine Ermittlungen. Warum haben sie mir nichts davon gesagt? Ach so, weil es unsere... Ja, dann sag dem mal hier. Nee, nee, es ist mein Shit. Ja. Das ist meine Untersuchung. Ganz im Gegenteil. Das ist unsere Untersuchung. Ich versuche doch nur, die Bösen zu fangen. Wissen Sie nicht mehr, dass wir hier normalerweise immer versuchen, die Bösen zu fangen? Du bist der Böse. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Und wieso haben Sie mir nichts davon gesagt? Ich wollte es Ihnen ja sagen. Doch wir haben die Beweise erst seit heute Morgen und außerdem waren Sie gestern sowieso ein bisschen daneben, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Tja. Okay. Ich werde verhindern, dass Sie das tun. Ich bitte Sie, warum machen Sie mich jetzt fertig? Das sieht denn gar nicht ähnlich. Ich mach doch nur meinen Job. Warum werden Sie denn auf einmal so eifersüchtig? Es steht völlig außer Zweifel, dass dieser Kerl Plutonium in den Nordwesten Amerikas eingeschmuggelt hat. Und ich vermute, dass er der Schlüssel zu Ihren vermissten FBI-Agenten ist. Also, dann mal los. Lassen Sie uns gehen. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Halten Sie mich etwa für einen Amateur? Ja. Ja. Ich habe einen Durchsuchungsbefehl von einem Bundesrichter. Und das ist hier unser Nick Nolte hier, unser Smolnikov. Ein bisschen aus wie Nick Nolte, oder? Ja, mit seinem Mannschaft. Ja, genau, ja. Ein bisschen das Haar überall. Wer ist der Zeuge? Welcher Zeuge? Der Smolnikov identifiziert hat. Fred Kohler, 56, obdachlos, schlief unter einem Fischernetz keine 50 Meter vom Tatort entfernt und hat alles gesehen und gehört. Ich würde ihn gern verhören. Na klar. Wann immer Sie wollen, nach der Razzia gehört er Ihnen. Lassen Sie uns gehen. Er ist tot. Der Typ will doch offensichtlich irgendwie alles auf andere jetzt abwälzen. Ja. Und die Schuld irgendwie woanders hin. Okay, wir haben unsere Knarre. Ich vertraue dem wirklich nicht. Nick Nolte. Das ist neu. Smolnikovs Lagerhaus. Lagerhaus. Smolnikov. Uh, guck mal. Bei reiner Cold Storage geht das ab. In Ordnung. Der hat eine AK mitgenommen. Wo bleiben unsere Männer? Das Sondereinsatzkommando der Polizei ist unterwegs. Wir sollten warten. Ich sage, wir bringen das hinter und soweit ich weiß, hat Smolnikov das Gebäude allein betreten. Was haben Sie gesagt? Nach Ihnen, Partner. Was haben Sie gesagt? Der ist, der ist falsch. Der ist einfach falsch. Ähm. Geben Sie Deckung. In Ordnung. Ja, aber noch hat keiner was gesagt. Woher sollen die denn drin wissen, dass da das FBI ist? Okay. Ähm. Vielleicht speichere ich nochmal ab, weil das macht mir... Ja, aber woanders bitte. Ich mache genau nicht über Penis, Penis. Aber wenn ich jetzt davor laufe und gleich tot bin... Äh... Ich glaube, jetzt kannst du sehr schnell sterben, ja. Genau das, was ich meinte. Ich konnte doch noch nicht mal die Waffe anklicken. Tot. Okay. Alles sofort tot. Alle tot. Keinem wurden die Rechte vorgelesen. Wir haben eigentlich gar nichts wirklich machen können, was irgendwie zum FBI gehört. Ja, ich habe... Aber gut. Also es ist dann auch nicht kein einziger auch irgendwie ansatzweise. Nehmen Sie die Hände hoch! Peng, peng, peng! Ah, schon wieder das gute alte Bestechungsbuch. Schön, dass die das so bürokratisch machen. Da hat man als als Kopf vielleicht... Ich lasse es mal mit der Waffe hier auch. Vielleicht brauchen wir sie ja gleich wieder. Oh, der Bundesadler wieder. Das sind also die Deutschen hier wie der Schulz. Noch eine. Wo leuchtet es denn mal ein bisschen? Ich möchte die Leichen untersuchen eigentlich. Wo sind denn unsere Freunde? Da, so einer. Aber ich kann die Leichen nicht untersuchen. Doch, da. Bip, 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 bip. Äh... Hier passiert auch nichts. Mach ich die Waffe weg. Das nervt mich so. Auch der Reißhader. Diese Treppe, da können wir auch nirgendwo rauf. jetzt noch weiter gehst, nur mikroskopische Aufnahmen dieser Wand. Ich guck mal, was ich hier will. Also das... Diese... Die Art, wie diese Welt immer so dreidimensional versucht wird zu gestalten, ist nicht perfekt. Oh, tot. Oh, nee, ich hab darauf geklickt. Wahrscheinlich deshalb, das war so eine Vorschau, dass ich auch gleich... Ich dachte gerade, dachte, du bist einfach hier zurückgelaufen. Nee, ich dachte auch gerade, das ist... Das sieht nicht nice aus. Du bist doch auch immer wieder in dieselben Ecken, ne? Ja. Du musst schon mal auch woanders hin. Das ist ein Dreckspiel. Du musst wahrscheinlich hier rechts hoch. Meinst du, dass es hier hoch geht? Ja, es geht. Natürlich geht es hier hoch. Nein, nein, du laufst falsch da. Ich muss ja gucken, wo ich... Eins nach oben. Hoch, links. Das ist ein Dreckspiel. Das ist ein Finger. Okay. Da! Sag meiner Familie Bescheid! Schön immer mit der... Stuntman-Drehung. Genau, die Stuntman-Drehung. Oh, nein! Ich fall genau auf. Ich gehöre zur Gewerkschaft! So. Er gehört auch zur Gewerkschaft. Daniel Budimann. Oh? Oh, warte mal. Die Waffe ist gar nicht ausgewählt. Da. Ja, also da konnte ich mich umschauen, aber ich kann da natürlich nicht durch. Hm? Nochmal. Kannst du mich? Gar nicht. Okay. Er hat den Vorteil des Schattens. Und noch eine Treppe weiter hoch, vielleicht? Oh, ja, 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 so. Ding, dong, die Hex ist tot, die Hex ist tot, sie ist kaputt. CD 5, ey. Hier von Cook decken lassen, die Waffe anwenden, wenn er geschossen hat, drei Gestalten erschießen, im ersten Stock sich umdrehen, dann weiteren Gegner erledigen, dann nochmals umdrehen, und den nächsten Gegner durch eine Bretterwand erschießen, ganz oben, äh, ganz nach oben gehen, und dort rechts eine Treppe finden, die nach unten ins Molnikows Versteck führt. Also eine Treppe rechts finden, die nach unten führt. Also ganz hoch und dann eine Treppe nach unten finden. Genau, also nicht das hoch. Kannst du hier nach unten gucken? Guck mal, kannst du hier nach unten gucken. Da. Aber das ist da. Kurz, kannst du hier... Ja, exakt, Gregor. Keine Bewegung, FBI! Polizieckka. Keine Bewegung! Ja, Potalkin, im August, Schittach. Cook, kommen Sie runter, ich hab ihn! Ich folge Ihnen auf den Fersen. Warn Sie! Ich war im Erdgeschoss. Okay, Mr. Smolnikow. Was können Sie uns sagen? Was wollen Sie hier? Ich hab nichts getan. Sie haben kein Recht, hier auf diese Weise einzudringen. Wir sind hier nicht in Russland. Halten Sie den Mund. Sie sind verhaftet. Ich werd ihm den Sermon mit seinen Rechten verlesen. Und ich hab übrigens eine 38er im Erdgeschoss gefunden. Haben wir die nicht gefunden? Naja, wir haben... Ihm trau ich nicht, wenn er jetzt die Mordwaffe da gefunden hat. Weißt du? Ja. Dieser hinterhältige Schluffi. Weißt du, was ich fast erwarte? Wir befragen den jetzt und dann nimmt er quasi die Pistole und macht sich so ein Tuch drüber, schießt drauf, weil unsere Fingerabdrücke noch mal draußen. Wir haben die doch angeguckt dann einmal. Und dann sagt er, Sie sind schuld. Haha. Und springt aus dem Fenster. Und dann ist Ende. Dann ist Ende. Das ist vorbei. Ja, Ende wie heute. Stimmt, schade. Lass uns beim nächsten Mal dann mit Sir Peter Ostinov hier weiterquatschen. Und mal gucken, was der Smolnikow zu sagen hat. Hey. Und ich hoffe, dass es erstmal genug dann Wimmelbild und wir können dann weiter unserer Polizeiarbeit nachgehen. Mal gucken, wie viel Stockwerke wir noch finden in den nächsten Arealen. Ja. Bin gespannt. Spiele mit besonders schönem Bart. Das war Spiele mit besonders schönem Bart. Präsentiert von Philips OneBlade. Eine Klinge, alle Styles.